Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Juni und herzlich willkommen zum dritten der Walking Dead Season 2 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es mal wie angekündigt ein chilliges Night Let's Play. Ich bin gerade hier noch am Vorproduzieren und das tut auch eigentlich meiner Stimme gut, dass ich nicht so laut rede, ein bisschen entspannter, weil ich bin ja noch ein bisschen krank, Leute. Und ja, wir machen jetzt hier direkt weiter mit Folge Nummer 3, wie immer hier aufgehört gehabt, wo wir bei diesem Rastplatz waren. Und da das Auto durchstöbert haben, die ganzen anderen Sachen und geguckt haben, ob es da irgendwo Essen gibt, wir haben ja diesen einen Hund gefunden und der ist dann mit uns dort gewesen und hat uns dann quasi ein bisschen unterhalten, hat der Clementine ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt, sie hat mit ihm ein bisschen Frisbee gespielt. Und was ich mich gerade frage, Leute, bei Staffel 1 war es auch so, dass man im Hintergrund immer diese Scheune gesehen hat, also immer diese Farmen, sage ich mal nicht Scheune, sondern diese Farmen hier, so eine ähnliche war auch bei Staffel 1. Ich weiß nicht, ob das alles irgendeine Bedeutung hat, dass am Ende des Spiels bei Season 3 oder so irgendeine Farm auf uns wartet, wo irgendwelche Leute sind. Aber stellt euch mal vor, aus irgendeinem Grund hat Lee überlebt, aber das kann gar nicht sein. Ich stelle mal vor, Clementine hat bei Staffel 1 daneben geschossen extra. Ja, egal, wir machen jetzt genau hier weiter. Wir haben hier aufgehört, wo wir auf einmal aus dem Gebüsch... Oh, bestimmt bin ich voll am Schreien, Alter. Wo wir aus dem Gebüsch irgendein Geräusch gehört haben und der Hund war die ganze Zeit am bellen. Und ich habe durchaus auch gefragt, wer bellt denn da, Alter? Und genau jetzt werden wir das erfahren, wer da im Gebüsch ist. Los geht's, weiter. Genau hier. Oh. Okay. Ah, der Hund. Siehst du, der Hund, dem stimmt was nicht, Mann. Rede, guck mal. Wow. Da ist ein Bocke. Nein, nein, noch nicht, noch nicht. Das ist so schrecklich. Die Frage ist, wer ist das hier? Der wurde einfach an den Baum gefesselt, ne? Wir sind klüger. Er ist nicht. Wir sind klüger als all das. Das sind Lee-Wörte. Das waren die Worte von Lee. Habt ihr gerade die Wörte gehört? Wir sind klüger als alle zusammen. Das waren von Lee die Worte. Also ich würde, wenn nicht sie wären, eigentlich erst mal ihn umbringen und dann das Messer nehmen. Aber vielleicht will sie ihn ja mit dem Messer umbringen. Dann nehmen wir erst mal das Messer her. Ganz ruhig, klein. Was soll man sonst machen? Wir können ihn ja nicht nur anschauen. Der Hund ist echt am ausgerusten. Hey, es ist okay, Mann. Shh, er kann uns nicht zuhörern. Ja, er kann uns nichts tun. Sie sollen das Messer wegnehmen. Kannst du mir das mal sagen? Ja, jetzt nimm das Messer da einfach raus. Schnell. Okay. Ja, okay, das geht nicht so einfach wie gedacht, Leute. Wir müssen dann irgendwo woanders gucken. Hier, wo siehst du? Okay. Da haben wir doch was. Das ist immer so bei Walking Dead. Irgendwo versteckt findet man irgendwas anderes. Stand back, okay? Ach, du Scheiße. Oh, ja, die Schädel. Ai, 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 ai. Ach, du Kacke, Alter. Dass die in so einem Alter sowas durchmachen muss, ist schon krass, ne? Oh, der lebt immer noch. Hau mal kräftiger drauf, Clementine. Bisschen mehr Schwung. Jetzt richtig schön im... Er lebt immer noch. Ai, 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 ai. Das hat bestimmt voll die Schmerzen. Boah. Nochmal. Ai, 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 ai. Okay. Ah, man sieht schon das Gehirn. Habt ihr das gesehen? Man sieht einfach das Gehirn. Weißt du, wir müssen nur aus ihrer Beine bleiben. Ai, ai, ai. Der Hund ist echt mega süß, Mann. Ich will erst mal das Messer nehmen an ihrer Stelle. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen, Leute. Ist eine gute Waffe. Ich glaube, die hat so einen kleinen besten Freund gefunden, Leute. Oder was sagt ihr? Die wollte noch die Taschen durchstöbern, oder? Geht das nicht mehr? Ich glaube nicht, dass er in den Taschen noch was gehabt hätte. Jetzt können wir vielleicht mit dem Messer irgendwas aufschneiden. Guck mal, da hinten ist irgendwas am... Ah, das Frisbee ist hier. Was könnte man denn mehr mit aufschneiden, Leute? Ist euch noch irgendwas aus der letzten Folge in Erinnerung? Also, mir fällt gerade nichts mehr ein. Was wir noch hätten machen können. Wenn nur das Frisbee, das Zelt... Komm, wir werfen einmal das Frisbee, wie von der letzten Folge, Alter. Wisst ihr das noch? Komm, hol's dir. Komm, zack, zack. Lauf, 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 lauf. Ah, scheiße. Ja, du bist richtig. Du musst nicht die Energie verlieren. Ich glaube, es tut auch Clementine gut, dass sie wenigstens einen gefunden hat, mit dem sie reden kann, ey. Weil wenn die jetzt komplett allein da wäre, ich glaube, die wäre richtig am Arsch, Leute. Zum Glück ist dieser Hund gekommen, Alter. Das ist ja sozusagen ihr kleiner, bester Freund, mit dem... Mit der... Mit dem... Mit dem sie immer reden kann. Wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwas aufschneiden. Die Frage ist, noch was? Wenn wir jetzt das Messer... Wir schauen jetzt uns einfach mal hier oben, vielleicht finden wir noch irgendwo was. In der letzten Folge habe ich mich auch überall umgeschaut und versucht irgendwas zu finden, aber da war nix. Die Mülltonni hatten auch, glaube ich, durchsucht gehabt, oder? Ne. Wenn die gerade nach Essen suchen, kriege ich auch richtig Hunger, Alter. Ah, jetzt will die Mülltonni dadurch suchen. Hey, das ist doch noch zu. Krass. Ja, die Freude. Ja, aber ich bin noch so abgelaufen. Aber egal, so Dosenessen hält ja meistens 5, 6 Jahre oder so, ne. Das ist das Gute am Dosenfutter. Ist halt ziemlich langweil. Ich finde den Hund einfach so süß, ne. Den werden wir jetzt die ganze Zeit beschützen, ey. Was ist los? Please don't be bad. Ach so. Okay, jetzt müssen wir das eigentlich versuchen aufzuschneiden, ne. Mit dem Messer. So, ei, 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 ei. Pass auf, dass du dich nicht schneidest. Da sieht irgendwas... Hm. Ich streckte Hunger, Leute. Was ist das? Sieht irgendwie aus wie Bohnen oder so, ne. Oder? Bohnensuppe. Mit den Fingern, ey. Guck mal, der Arme Hund. Ich würde ihm auch was geben. Ich schwöre es, ich würde das mit ihm teilen. Hund füttern? Hast du Hunger? Es gibt nur genug für einen. Nicht betteln. Hund füttern auf jeden Fall. Sofort würde ich das machen. Ich glaube, du bist auch ziemlich hungrig. Gib ihm mal was hier, komm. Oh, richtig süß, Mann. Komm. Oha. Hey, du brauchst es nicht mehr. Äh. Oha. Alter. Was soll das denn? Ey, was ist denn jetzt los, Mann? Alter. Was ist denn das denn? Hä? Oh mein Gott. Was geht hier ab, Leute? Was ist mit dem Hund los? Ich sag nur gerade, der ist so süß und sowas. Und der greift uns einfach an. Und töten, Alter. Du kannst ihn nicht so leiden lassen. Töte ihn schnell. Nein. Nein. Ich kann das nicht sehen, Alter. Ich kann es nicht sehen. Ich bin... Sorry. Ey, das ist doch nicht wahr, Alter. Nissa hat nur, sie hat endlich einen besten Freund gefunden. Der arme Hund, Alter. Was war aber denn los? Warum hat er sie einfach angegriffen? Ah. Scheiße. Der war nicht mehr infiziert gewesen, ey. Vielleicht war er so ausgehungert. Und er dachte, das Essen wäre für ihn, ey. Einen Hund kann er leider nicht sprechen, aber... Trotzdem, Alter. Krank, Mann. Ey. Das ist nicht mehr normal, Alter. Ey, es passieren zu krasse Sachen in diesem Spiel, Leute. Das ist nicht mehr normal, ne? Was ein Einstieg in dieses Spiel, Alter. Mit der Musik, mit allem, Alter. Das ist unfassbar. Gefällt mir bisher, ehrlich, richtig gut, Mann. Fuck, Alter. Ey, der Hund war so süß. Auf einmal hat er uns angegriffen, ey. Aus dem Nichts. Ich kann mir das immer noch nicht... Ey, ich kann mir das immer noch nicht zusammendenken, Alter. Wieso er das getan hat, Mann. Fuck, Alter. Wohin gehen wir jetzt, Mann? Die ist komplett allein. Krista ist weg. Omid ist tot. Scheiße, ey. Komm, Clementine. Das wird schon ein kleines Mann. Du weißt, Lee ist immer mit dir. Lee ist in deinem Herzen. Er wird dir weiterhelfen. Du musst nur stark bleiben, Kleines. Bleib stark. Bleib stark. Bleib stark. Das kriegst du hin. Scheiße. Oha, was ist los? Die Kamera ist so nah. Oh nein, oh nein. Ich erschrecke mich jetzt. Nein, nein, nein. Das ist Night Let's Play. Ich will mich nicht erschrecken. Bitte nicht. Oh mein Gott, Shirin. Oh Gott, das ist ein Walker. Oh nein. Ach du Scheiße. Clementine, aufstehen. Aufstehen. Aufstehen, Kleines. Komm. Lee ist mit dir. Die Macht ist stark. Komm. Lauf. Wohin? Oh nein. Oh nein, der ist Dreck hinter uns. Eieieiei. Wir mussten hier weg, Leute. Hallo, der hat uns gleich. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat uns gleich. Ich sag's grad noch. Und jetzt hat er uns. Frei dich. Oha. Wer ist denn im Kopf? Was ist denn hinter dir? Er hat ja neue Leute gefunden. Sehr stark. Korrekt, Alter, Mann. Neue Leute, ey. Das ist ja nochmal halbwegs gut gegangen. Clementine, da geht's überhaupt nicht gut, Mann. Da geht's überhaupt nicht gut. Also da würde ich mal sagen, Rettung in letzter Not, Leute. Rettung in letzter Sekunde. Meine Güte, ey. War das knapp gewesen. Ich denke, ich denke, wir sind sicher. Junge, Junge, Junge. Ja, ja, wir sind gut. Hey, du bist alles gut? Was sollen wir sagen, ey? Ich kann gehen, ich glaube schon. Es geht mir gut, lass mich einfach allein. Ich glaube schon. Ich... Ich denke so. Nein, nein, auf keinen Fall allein. Lassen wir die Scheinen korrekt sein. Die haben uns geholfen, Leute. Sowas sollten wir zu schätzen wissen, ey. Die haben uns das Leben gerettet. Der Walker hat uns gerade aufgefressen. Was machst du hier? Wo sind die, äh, die Leute, die du bist? Wir wurden angegriffen. Ich habe mich nicht mehr. Wir wurden angegriffen. Aber vielleicht war das ja von denen. Ne, ich sag einfach, wir wurden angegriffen. Wir sagen denen die Wahrheit. Meine Freundin und ich wurden angegriffen. Hmm. Diese Leute haben sie gesagt, was sie nachher waren? Sie vielleicht haben nur ein Essen. Wir waren ein bisschen wie ein Weasel. Sie hat dich für ein Weasel? Damn. Das ist ein Loh. Sie haben keine Namen, oder? Sie haben keine jemanden suchen? Hmm. Man, man, man. Look, ich bin ein Magnifon. Ich bin Luke. Und das ist Pete. Hey, da. Luke und Pete. Ich bin Clementine. Es ist toll, dich zu treffen, Clementine. Aber für heute, wir werden dich zurück in unsere Gruppe. Okay, wir haben einen Doktor mit uns und du siehst, wie du ein bisschen... Oh, sch***! Oh nein. Nein, nein. Sie ist ein Bitt, Mann. F***. F***, f***, f***. Was werden wir hier tun? Nein, es war ein Hund. Ich habe keinen Hund gesehen, Clementine. Komm, Mann. Wir haben dich gerade gesehen, mit diesen Lurkenen da hinten. Ich kann nicht mehr erinnern, die letzte Mal, ich sah einen Hund. Nein, nein. Nein, einfach mal auf ihn. Bitte. Ja, und du hast deine Teile in Pete's neck? Nein, nein. Mein Neck? Warum bin ich der? Ich weiß nicht, ein Hund von ein Moskito, von ein Lurker, von einem Lurken, Mann. Es ist nicht. Es war ein Hund. Hm, all right. Let's see it. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's been here, okay? Vorsichtig, vorsichtig. See? Is it, uh, is it like she says? Well, it could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? Er ist tot. The one that did... Ich weiß nicht, es ist der Fungerf. Ich habe ihn getötet. Seriously, I want to know, how believable a story is. Die Wahrheit, oder? Ich habe ihn getötet. I... I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't... You don't kill dogs. Ja, und wenn er mich angegriffen hat, man... Was soll ich machen? Was denkst du? Ja. Ja. All right, Clementine. That's good enough for me. Oh, what else was she gonna say? I've got a good bullshit, Detector Luke. That's why you can never beat me at poker. Der ist echt korrekt, der Typ, man. Sieht ein bisschen aus wie der weiße Lee, der Typ, Alter, ne? Der linke sieht ein bisschen aus wie Lee in Weiß, Alter. Ich hoffe, wir finden hier Hilfe, ey. Und Betreuung. Was für ein Wichser, Alter. Wir fallen um, Alter. Ja, sie wird umfallen. Eieieiei, fuck, Alter. Eigentlich würde ich jetzt schon pausieren, Leute, aber wir haben noch nicht die 20 Minuten voll. Und ich will jetzt auch wissen, was passiert. Ich brauche einen Arzt. Ich brauche einen Arzt, sage ich. Ich brauche einen Arzt. Oh mein Gott. Ich brauche einen Arzt, Alter. Was ist das, Alter? Was ist das, Alter? Ihr Idiot! Jeder Lurker für fünf Meter wahrscheinlich hat das. Ihr ist derjenst, mich zu füllen. Jeder, einfach calm down für einen Moment. Clementine, du okay? Ich brauche nur einen Arzt. Und dann, dann, ich gehe. Ich will nicht meine Arzt, ich bin infectiert. None of uns wollen, das ist der Grund. Wir haben einen Arzt hier, okay? Er hat einen Blick. Jetzt, was ist mit euch, Leute? Okay, sie ist einfach so scared. Wir sind alle scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way, she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Das ist der Doktor, ne? Wie soll ich das mal anschauen? Ja, gib ihm den Arzt. Ah, fuck, Alter. Das tut bestimmt so weh. Ah, fuck, Alter. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Es wird nichts gemacht, das ist nicht schlimm. Es ist verrückt. Niemand wird sich verletzen, wenn das so machen. Ich würde. Wenn sie sich schrauben, ihre Leben zu schrauben. Dann was? Wie würden wir wissen, dass es funktioniert? Lass Carlos erst einmal einen Blick haben. Ja, wir reden mit ihm. Trauriger Blick. Du bist hier der Anführer. Du hast recht. Du hast recht, sage ich. Ja, Mann, der ist doch korrekt, Alter. Was für Arme. Die sieht auch etwas jünger aus. Hilf mir, wenn ich gehe. Es wird nur noch schlimmer werden. Es wird nur noch schlimmer werden. Warum sollten wir euch denn anlügen? Warum sollte ich euch anlügen, Alter? Richtig so. Was ist es, Lurker? Ein Bisschen wie das? Es könnte alles sein. Nur eine Art, um zu herauszufinden. Wie? Was? Nach morgen Morgen, wenn die Fieber in die Luft geblieben wird, werden wir wissen, ob sie sich schrauben. In der Zwischenzeit, wir können sie in der Schadung schrauben. Sperren? Was ist das? Was ist das für meine Arme? Es muss sich verletzt und verletzt und verletzt werden. Die Frau ist in schlechtem Form, Carlos. Wir haben alle diese Sachen in der Kette. Wir können wahrscheinlich bei dir... Alvin, bitte! Aber, ja. Wir können nichts tun. Ich bin nicht verletzt auf einem Lurker-Bite. Wenn es sich nicht verletzt, wenn du dir die Wahrheit erzählst, ich werde es schlafen und stich es für dich für dich in der Morgen. Aber... ein kleines Mädchen, ey. Das ist das Beste, was wir werden bekommen. Fingere auf den Trigger, Junge. Ich bin dein Junge. Nicht so sein, Mann. Es ist alles gut. Ich habe immer seine Mutter. Komm, komm. Was für ein Wichser, Alter. Schieß da einfach da neben uns drauf, Alter. Es war ein Hund wirklich. Was, wenn ihr mich gehen lässt? Mein Arm tut wirklich weh. Mein Arm tut wirklich weh. Ich weiß nicht, was zu erzählen, aber behalte das Beste, was du kannst. Wir werden sehen, was wir in der Morgen tun können. Wenn ich es bis dann mache, vielleicht könntest du mir ein paar Zettel? Ich wünsche, dass ich es könnte. Ich mache es wirklich, aber es ist zu riskierend. Sorry. Das ist ein kleines Mädchen. Gucken wir, wie wir die behandeln, Alter. Als ob ein kleines Mädchen die anlügen würde, ne? Aber die... Da sind richtige Spasten mit unterwegs in dieser Truppe. Habe ich sofort gemerkt. Zum Beispiel der hinter uns. Größter Pissei. Schieß da einfach ein kleines, wehrloses Mädchen. Spasti, Alter. Ja, Leute. Und genau hier werden wir bei der nächsten Folge weitermachen, Leute, Alter. Wir sind jetzt eingesperrt in diesem Schuppen. Haben hier neue Leute kennengelernt, die auf irgendeiner... Ja, was war das? Ein Haus, Farm oder was weiß ich. Auf jeden Fall was leben. Und ja, also ich sage auf jeden Fall, das wird eine harte Nacht werden für Clementine, Alter. Die wird jetzt die ganze Nacht mit den Schmerzen aushalten müssen und versuchen am nächsten Morgen dann, ja, irgendwie die Operation oder die, was er da machen will, auch immer zu überleben. Aber das wird sich schon denken, die ist ein starkes Mädchen. Sie weiß, dass Lieber hier ist. Und ja, Freunde, Alter. Wieder eine richtig krasse Folge. Die habe ich sogar ein paar Minuten länger gehalten, glaube ich. Eins, zwei Minuten. Aber ja. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde mich wieder sehr bei 8000 Likes freuen. Übermorgen geht es dann hoffentlich weiter. Mit der nächsten Folge wird wahrscheinlich auch ein Like-Let's-Play sein. Ich bin jetzt raus. Seid die Besten. Danke für alles. Haut rein. Und ciao.